Hallo ihr Lieben! In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie das Gram-Schmidt'sche Orthogonalisierungsverfahren funktioniert. Wir werden das Schritt für Schritt mit diesen drei Vektoren hier durchgehen und werden dann ein Orthogonal-System erstmal erhalten. Also das klassische Gram-Schmidt-Verfahren sorgt dafür, dass ihr ein Orthogonal-System erhaltet. Das bedeutet, die drei Vektoren, die ihr erhaltet, stehen senkrecht aufeinander. Falls ihr allerdings ein Ortho-Normal-System benötigt, das steht dann in eurer Aufgabenstellung drin, dann müsstet ihr mit diesen Vektoren, die wir gleich finden werden, dann müsstet ihr die noch einmal normieren und dann bekommt ihr das zugehörige Ortho-Normal-System. Also ihr könnt immer das klassische Gram-Schmidt-Verfahren, das ich euch gleich zeige, anwenden. Falls ihr allerdings ein Ortho-Normal-System braucht, dann müsst ihr die Vektoren noch einmal normieren. Dann gehen wir jetzt mal an unser Beispiel. Da haben wir ja drei Vektoren gegeben, die linear unabhängig voneinander sind. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, drei andere Vektoren zu finden, die wir V1, V2 und V3 nennen, die dann eben dieses Ortho-Normal-System bilden. Denn diese drei Vektoren, so wie sie gegeben sind, stehen noch nicht senkrecht aufeinander. V1 finden wir ganz einfach. Davon können wir uns von diesen drei Gegebenen einfach einen aussuchen. Welchen ihr wollt, wir nehmen jetzt einfach mal den ersten 3, 4, 0. Damit ist der erste von diesen drei Vektoren aus dem Spiel, der wird für nichts anderes mehr gebraucht. Den ersten haben wir also gefunden, den nehmen wir auch mit, weil der ist noch wichtig. Der kommt ja auch in unser Ortho-Normal-System am Schluss. Das ist einer von den drei Gesuchten. Die anderen haben wir jetzt noch nicht benutzt, die kommen aber jetzt ins Spiel, beziehungsweise der da kommt erst ganz zum Schluss ins Spiel. Der zweite Vektor, den wir suchen, der wird jetzt folgendermaßen aufgebaut. Jetzt kommt B mit ins Spiel. Aber der Vektor steht ja nicht senkrecht auf dem hier, also kann es nicht einfach bei dem bleiben. Wir müssen den jetzt noch so biegen sozusagen, dass er senkrecht auf dem steht. Und da ist die Formel oder die Art, wie man vorgeht folgendermaßen. Man zieht jetzt noch folgendes ab, nämlich dieser B-Vektor wird jetzt ziemlich häufig mit dem V1 multipliziert sozusagen. Also V1 wird hier einmal hier oben multipliziert, dann wird V1 mit sich selbst hier unten multipliziert und das Ganze, was rauskommt, wird nochmal mit V1 multipliziert. Also das muss man sich natürlich merken, was hier womit geschieht. Das macht das Ganze auch so ein bisschen unsichtig, aber es ist immer dieselbe Art und Weise. Das sehen wir dann gleich, das wiederholt sich dann gleich nochmal. Und jetzt müssen wir das nur noch ausrechnen. Also V2 finden wir, indem wir minus 3, minus 4 und 2 einsetzen. Dann wird B mit V1 multipliziert. Also das da mit dem da multiplizieren bedeutet, minus 3 mal 3 sind minus 9 plus minus 4 mal 4 sind minus 16 plus. Und hier unten haben wir 2 mal 0 sind 0. Wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf minus 25. Unten wird V1 mit sich selbst multipliziert, bedeutet 3 mal 3 sind 9 plus 4 mal 4 sind 16 plus 0 mal 0 sind 0. Das wären 25. Und hinten dran wird der V1-Vektor einfach hingeschrieben. 3, 4, 0. Ist halt ein bisschen Rechenarbeit. Was haben wir hier unten? Das bleibt natürlich jetzt erst einmal da. Wenn ihr das im Kopf könnt, ist das natürlich auch gut. Hier kann man kürzen. Dann ist minus und minus plus einmal dieser Vektor. Und dann haben wir jetzt gleich tatsächlich unseren zweiten Vektor gefunden. Minus 3 plus 3 sind 0. minus 4 plus 4 sind 0. 2 plus 0 sind 2. Das ist unser zweiter Vektor unseres Orthogonalsystems. V2 ist es also. Jetzt spielt B keine Rolle mehr, aber C kommt jetzt wieder ins Spiel. Das sehen wir jetzt gleich. Jetzt haben wir V1, V2 und C. C hat ja noch gar nichts gemacht. Jetzt kommt die Aufgabe. Den dritten Vektor finden wir jetzt folgendermaßen. C darf mitspielen. So wie eben. C. Und jetzt wird aber abgezogen und zwar das Ganze zweimal. Denn wir haben ja schon zwei Vektoren gefunden. Jetzt wird dieses C multipliziert mit V1. Jetzt wird wieder komplett mit V1 aufgefüllt hier auf unserem Bruch. V1, 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 V1. Und hinten wird auch noch mit V1 multipliziert. Und dasselbe passiert jetzt aber mit V2. Also C auch. Das, was hier vorne steht. C wird jetzt multipliziert mit dem Vektor, den wir halt schon hatten. Mit V2. Und auch hier wird jetzt mit V2 aufgefüllt und hinten mit V2 multipliziert. Falls ihr dann nachher noch einen Vektor hättet, würde man das nochmal abziehen und dann mit derselben Struktur. Also die Struktur ist wirklich immer dieselbe. Jetzt wird eingesetzt. 1, 1, 1. Minus. C wird mit V1 multipliziert. Also 1 mal 3 sind 3 plus 1 mal 4 sind 7. Dann wird unten V1 mit sich selbst multipliziert. Das hatten wir schon. Das sind 25 gewesen. Und dann wird das noch mit V1 multipliziert. So. Dann Minus. Jetzt haben wir hier den zweiten, wo C mit V2 multipliziert wird. 1 mal 0 sind 0. 1 mal 0 sind 0. 1 mal 2 sind 2. Unten kommt V2 mit sich selbst multipliziert. 0 mal 0, 0 mal 0. 2 mal 2 sind 4. Und dann mit V2 multipliziert. 0, 0, 2. Jetzt wird nur noch ausgerechnet, beziehungsweise vielleicht, ja, kann man auch ein bisschen verschönern. Aber man kann es eigentlich auch ausrechnen. Zeilenweise 1 minus 7,25 mal 3 minus 2,25 mal 0. Wenn ihr das ausrechnet, kommt man auf 4,25. Dann die zweite Zeile. 1 minus 7,25 mal 4 minus 2,25 mal 0. Da kommt man auf minus 3,25. Und unten, wenn ihr das ausrechnet, kommt man da auf 0. So. Das ist unser dritter Vektor. Und damit haben wir unser Orthogonalsystem gefunden. Wir haben V1, V2 und das hier ist V3. Das habe ich jetzt nochmal hier aufgeschrieben. Wir waren ja auf der Suche nach einem Orthogonalsystem. Diese drei Vektoren haben wir gefunden. Wenn ihr ein Orthogonalsystem gesucht habt, seid ihr jetzt fertig. Habt ihr aber ein Orthonormalsystem gesucht? Dann ist es jetzt nicht super schlimm. Also man muss einfach noch ein bisschen was machen mit diesen drei Vektoren. Und zwar nehmen wir uns die. Die sind ja jetzt unser Orthogonalsystem. Und jeden einzelnen von denen müssen wir jetzt noch normieren. Bedeutet Folgendes. Wir müssen die Länge von diesem Vektor erstmal berechnen. Also die Länge von dem V1 berechnet man ja folgendermaßen, indem man Wurzel aus jeder Komponente zum Quadrat, also 3² plus 4² plus 0². 3² sind 9, 4² sind 16, also 25. Wurzel aus 25 wäre 5. Das wäre jetzt die Länge des Vektors. Und damit wir den normieren, also ich nenne den normierten Vektor dann einfach W1. Der wird jetzt normiert. Bedeutet, wir rechnen 1 durch die Länge, nämlich 1 durch 5. Und das wird einfach mit dem ursprünglichen Vektor multipliziert, mit dem 3, 4, 0. Das kann man so stehen lassen, wenn man möchte. Oder man multipliziert es noch in die einzelnen Koordinaten rein. Ein Fünftel mal 3 wären 3 Fünftel. Ein Fünftel mal 4 wären 4 Fünftel und ein Fünftel mal 0 wären immer noch 0. Das hier wäre jetzt der normierte Vektor zu dem hier. Und wäre jetzt schon ein Vektor von dem Ortho-Normal-System. Und dasselbe müssen wir eben mit den anderen Vektoren auch noch machen. Also V2 normieren ist Gott sei Dank sehr schnell durch. Wenn wir die Länge berechnen, haben wir 0² plus 0² plus 2², also Wurzel aus 4, was 2 ist. Was bedeutet, dass der zweite Vektor, der in unser Ortho-Normal-System reinkommt, wäre dann 1 durch die Länge, also 1 halb mal 0, 0, 2. Und wenn man das dann ausrechnet, hätten wir 0, 0 und 1. Und dasselbe macht man dann noch mit dem dritten Vektor, der jetzt schon mal wieder ein bisschen umständlicher ist. Aber da kommt man, wenn ihr den Betrag von V3 berechnet, kommt ihr auf einen Betrag von 1 Fünftel. Das sage ich euch jetzt einfach mal. Und W3 finden wir dann, indem wir den hier normieren. Das bedeutet 1 durch 1 Fünftel rechnen und mit diesem V3 multiplizieren. Wenn ihr all das macht, kommt ihr auf folgende Vektoren am Schluss für euer Ortho-Normal-System. Dann hoffe ich, dass euch das Ganze hier jetzt was geholfen hat und ihr seht, wie man das Gram-Schmidt-Verfahren anwenden kann, was der Unterschied zwischen orthogonal und orthonormal ist. Und ja, falls ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Bis zum nächsten Video.